Auf dem Berg, da kommen wir zu Piertz. So eine Schein! Hey, was kommt man da? Wir haben den Top-Tag einfach nicht stehen. Eben, nicht verzagen, alles fragen. Kein Wildkeit tot, er macht das schon. Ja, Endstation, alles aussteigen. Nein, nein, noch nicht. Er hat gesagt, dass er einmal gewendet hat. Ah ja, stimmt. Jippie! Johannes, auf geht's, Uf! Es gibt einen Film. Auf Aufsprach, die Stute zum Hengst, die Anna schlitt schon längst. So, auf geht's! Charlie, musst du nicht? Ja, das ist schon so, für schon. Machst du nicht gern? Ja, aber... Ich tue nicht auch verletzieren, weisch? Machst du überhaupt nicht? Ey! Dann würde ich das nochmal machen. Jetzt sind es aber wie hoch die Zunge da. Ja, ich tue nicht. Nein, weisch, aber... Nein, weisch, aber... Es ist schon mal eine Zunge. Was? Es ist schon mal eine Zunge. Es ist doch ein. Ja. Ja. Das Glas ist voll und du bist voll. Äh, nein. Das Glas ist leer und ich bin voll. Aber nicht nach zwei Glas, oder? Da bin ich im Fall voll mit Stalle. Nein! Ich bin Deutscher, aber kein Alkoholiker. Ich sag das gleich. Ich könnte gerne machen was wie? Schön, gemütlich, sinnlich, romantisch mit der Kerze, weisch? Aber das ist auch zufrieden. Aber das ist auch zufrieden. Er tickt's, ne? Naja, du... Auf jeden Fall muss ich euch sagen, ich habe mir einen mega Freude gemacht mit dem heutigen Tag. Ich hab... Das ist gut, das ist gut. Doppelt. Wirklich. Aber jetzt brauche ich es wirklich nicht mehr. Ich komme da wirklich jedes Mal wieder an. Ich sag alles. Ich werde mich nicht mehr los. So. Ja, du musst gerade lachen. Ich muss gerade nicht bringen lassen. Nein, ich muss nicht. Das kann ich alleine auch. Weißt du mir? Weißt du mir? Soll ich mich auch, Quasi... Ja! 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 Das kann ich alleine. Hahahaha! Ich bin Alex, die Lieder. Hahahaha! Hahahaha! Ich bekomme ein Kind. Hahahaha! Wenn ich auch mal in Fahrt bin, dann bremse ich aber nicht mehr, ich sag's euch. Noch mal. Nein. An der Gehfranzlix hab ich gesagt, was hast du ein bisschen, Hansi? Ja. Die Bayerische Sinfonie, kennst du die? Nein. Am Arsch legst du mich? Und dann... Ah, du mich an! Ja. Sag dir doch immer, oder? Ich hab euch gefragt, das hat er mir gesagt. Ja. Was hast du? Was ist da los? Was? Nichts hab ich gesagt. Rausgeschmissen hat es mich. Oh! Wieso darf ich wieder einfangen, oder wie? Nein, sicher nicht. Ja. 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 So spät kenn ich einfach nicht. Noch bin ich der Hannes, da haben wir die Leiche, ich sag das. Wer ist der Lutz? Wer ist der Lutz? Wer ist der Lutz? Wer ist der Hannes, meinst du wohl, oder? Weisst du den? Ich bin auch ein Schottes, oder? Das schmeckt doch verdammt geil. Nun scheint das. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ohne Pfoten. Oh, jetzt hat er eigentlich was wie bei einer, oder? Oh, oh. Musik Musik Er mich mit der Wuhne haben! Das war's für mich. Musik Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, gehen wir wieder in die Party-Ski-Hütte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.